Was? Also wenn ich sage, ich trinke vier Liter pro Tag und du schreibst, es ist bestimmt zu viel, du spülst sämtliche Mineralien aus. Mein HP, deine Homepage, sagte 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also, ich bin kein Genie in Mathe, aber ich wiege, sagen wir mal so 90 bis 95 Kilogramm. Ja, so 90. Jetzt rechnen wir mal 50 Milliliter für den Kopf, also wir sagen mal 90 mal 50. Das sind doch dann 4,5 Liter, oder? Ich bin jetzt dumme.